Es ist ein großes Opernhaus, Tara. Du musst die Geschichte mit deinem ganzen Körper erzählen. Nein, ich meinte nicht mehr lächeln. Das hier ist kein Dorffest. Besser. Sie braucht mehr Zeit, um es zu verstehen. Aber wenn sie es hat... Wenn du hier das sagen hättest, würdest du noch an ihr festhalten? Tara ist vielleicht ein Risiko, aber wenn sie es drauf hat, entsteht Magie, glaub mir. Tara, suchst du dir schnell ein Kleid aus und bringst es nach unten zum Ändern? Okay. Danke. Ich habe das Neueste ausgesucht. Ich habe nämlich eine Stauballergie. Wie schade, deine Eltern kommen extra her und du tanzt vielleicht gar nicht. Aua. Ich meine ja nur. Toll! Das sitzt wirklich perfekt. Das... das muss gar nicht geändert werden. Falls ich nach der Probe umbesetze, Ethan, möchte ich, dass du es, Tara, mitteilst. Ich behalte die Rolle? Ehrlich? Ich habe keine Sekunde dran gezweifelt. Es ist das Kleid. Es ist wie Magie. Wenn ich es trage, dann kann nichts schief gehen. Brauchst du Hilfe? Äh, ich... ich weiß nicht. Ich mache hier ein Praktikum. Ich soll die Kostüme abholen. Also, die sind für die Kostümwechsel hinter der Bühne und die da gehen zurück in den Fundus. Und das da? In den Fundus. Danke. Abigail, musst du mich einspringen? Es kann keine andere Klara nach der Pause auftreten. Du musst weiter tanzen, denn ich werde es nicht tun. Du bist... du bist einfach besser als ich. Mit oder ohne Kostüm. Und das wird auch jeder sehen. Wieso geht der Vorhang nicht auf? Kostümprobleme. Aber jetzt... jetzt bin ich bereit. Ich weiß, dass du es bist. Na los. Du bist du bist. Und aber bisher. Ich weiß, dass du nicht in dendecken, ich stehe dir nichts anderes selberakte. Ja, was du nicht in den temple ist. Untertitelung des ZDF, 2020